Du hast halt, im Endeffekt die Story ist, es kommt ein Komet auf die Erde geflogen und du musst ihn abwehren mit irgendwelchen fetten Lasern, die du halt erst erforschen musst und wofür du halt dann auch richtig krass Materialien brauchst. Problem an der Sache ist, du hast dafür x Tage Zeit, weiß ich nicht, 40 Tage oder sowas. Und wenn der Server jetzt durchläuft und du die 40 Tage durchspielst, dann funktioniert das alles wunderbar. Problem ist, die wollten halt nicht, dass gespielt wird, wenn die Streamer nicht da sind, weil die halt nicht wollten, dass die Streamer wiederkommen und alles fertig ist, so ungefähr. Verständlich auch. Ja. Und deswegen haben sie halt dann, dadurch, dass die Spielzeit halt so verdammt gering wurde, haben sie halt die Zeit hochgedreht, in denen der Komet kommt, dass der Komet halt nicht in 40 Tagen, sondern in, weiß ich nicht, zwei Tagen oder sowas kommt, damit du halt jedes Mal, wenn du zwei bis vier Stunden oder was auch immer am Stück da spielst, fünf Stunden, dass du halt dann das über mehrere Tage, Wochen dann hast und dann in einer entsprechenden Zeit trotzdem der Komet kommt. Und dann musstest du aber auch die EP anpassen, dass du in der Zeit auch die gleiche EP farmen kannst wie in 40 Tagen, weil ansonsten würdest du ja die Technologie gar nicht erreichen. Hat das funktioniert? Und das hat nicht richtig funktioniert. Dadurch, dass wir dann von den Personenanzahlen und so das nicht so ganz hingehauen hat, war das nachher zum Schluss sehr, vielleicht war das auch ein Spielproblem noch, das weiß ich nicht genau. Aber du hast so ein bisschen, so ein, zwei Leute gehabt, die dann Hightech hatten von einer bestimmten Sache, die gebraucht wurde und du musstest eigentlich nur online kommen, deine Maschine anschmeißen oder sagen, oder deine Maschine bauen, weil irgendjemand anders dann deine Items fertig hatte dafür. Dann hast du die hingestellt und dann hast du nur gewartet, bis das durchgerattert ist und hast eigentlich nichts mehr zum Ende hin gemacht, weil dann irgendwie, irgendwas hat da noch nicht so richtig hingehauen. Ich weiß nicht, ob da zu wenig Leute da waren und das dadurch nicht flüssig lief oder ob wir zu viel EP bekommen haben und viel zu schnell an bestimmten Punkten waren. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das gerade so EP und sowas dann zu balancen, wenn du die ganzen Multiplikatoren änderst, das ist halt ein Problem, wo Gex, glaube ich, ein Lied von singen kann. Ich habe ja auch viele eigene Arc-Surfer aufgesetzt. Ich glaube, da hatten die auch das Problem, die haben nicht lange genug probiert vorher. Die haben den Community-Surfer anscheinend stellen wollen und haben nicht richtig, das musst du testen, sowas. Das ist ein Haufen Scheißarbeit, natürlich. Aber da musst du halt eh einen Probetag den Surfer laufen lassen und musst gucken, wie verhält sich das? Funktioniert das auch? Also mit einem Tag ist das nicht gemacht, weil du müsstest theoretisch die 40 Tage durchspielen, um das zu testen, was halt wirklich kacke ist, weil dann hast du das Spiel halt einmal durchgespielt. Deswegen auch, weil du vorhin gesagt hast, Gex, mach mal einen Surfer. Und dann ändere mal zwei Tage, denkst du nochmal die 40 Tage, weißt du? Bei Echo kannst du nicht einfach einen Surfer aufstellen, das ist, bis der laufen wird, ein Community-Surfer bei Echo, sodass man zufrieden ist dann. Da brauchst du bestimmt locker drei, vier Tage, die sich jemand hinsetzen muss. Drei, vier Jahre. Und um sich damit zu befassen und das wirklich alles zu balancen. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt, sag ich mal, die Standard-Settings benutzt und den Server nur laufen lässt, wenn alle, weiß ich nicht, wenn man jeden Tag fünf Stunden laufen lässt und in den fünf Stunden zockt mit den ganzen Leuten und man jetzt, sag ich mal, mit fünf oder sechs Leuten, dass wir jetzt gerade im Moment sind, dass das dann nachher zehn werden oder was auch immer. Dann könnte das schon funktionieren, weil du musst theoretisch dann nicht viel rumschrauben. Das Problem ist eigentlich nur, wenn du diese Zeit dann verändern willst, wenn du halt, ja. Aber das Problem, was die Streamer sicher auch hatten, ist, dass wenn die am Tag fünf Stunden streamen, dann können die das nicht auf 40 Tage lassen, weil die nicht vorhaben, ein halbes Jahr lang Echo zu streamen. Ja, aber wo ich das Problem sehe, hab du gesagt hast, man muss nur kurz einloggen, irgendwas machen und dann irgendwas her hinstellen oder darauf warten, dass der andere was her hinstellt, hin und her hinstellt. Wenn die Person nicht da ist oder keine Zeit hat oder am Anfang sind fünf Personen, dann kommt zehn Personen, wie balance man das Ganze oder so. Das geht ja mit zehn Stunden. Du kannst die Settings dann nicht verändern jeden Tag. Wenn mal fünf spielen, mal sechs spielen, das geht ja nicht. Das ist ultra schwer, sowas zu balancen. Das kannst du vergessen. Das geht einfach nicht. Das ist so ein großes Problem, was auch viele AP-Projekte haben. Wo dann gesagt wird, sie vergeben Berufe. In ARK gesagt, ich hab Kumpel und ich war auch selber kurz auf einem RP-Surfer, aber bin dort nicht geblieben. Die hatten auch eine Mod drauf auf dem ARK-Surfer, dass du das wirklich nicht lernen konntest, die Engramme. Du musstest am Anfang einen Beruf angeben und das Angeben am Anfang in der Mod mit einem Chat-Kommand hat dir nur einen gewissen Blutprint. Oder Engramme waren es in ARK. Also er hieß es ja, glaube ich. Hat dir nur gewisse Engramme freigeschaltet. Die anderen waren für dich gesperrt. Und das fand ich so ein Bullshit. Ist das nicht einfach nur, dass du ein Ding bist, so halt verschiedene Ränge gibt, dann musst du dich hocharbeiten, dann hast du so wie... Nee, das waren Berufe. Und wenn du halt Holzfäller warst... Ich dachte so wie bei der Polizei, also halt verschiedene Ränge halt, ne? Dass du dann engst mal hier... Wenn du halt Holzfäller warst, konntest du keine Metal-Picke oder Axt. Ja, das ist doch richtig. Kannst du in echt ja auch nicht. Das geht nicht. Ja, aber das Problem war, dort waren nicht immer alle online. Und was mich dann angefragt hat... Dann bist du abhängig, genau. Das geht halt nicht. Genau, und das ist Kacke. Ja. Und du bist dann auf den Surfer gekommen, 14 Uhr. Du brauchst es, du durftest ja deine Metal-Axt auch nicht selber reparieren. Und dann ist deine Axt kaputt gegangen und du bist... Holzfäller, du hast im Chat gefragt... Das ist ja geil. Ob ein Schmied da ist und ne, der ist heute, der hat einen Arzttermin und bla und der kommt erst morgen wieder. Ja, schön, wie soll ein Holzfäller arbeiten, wenn er seine Axt nicht repariert hat. So Abhängigkeit von anderen Spielern darfst du nie machen. Ich hasse sowas. So sagst du nie machen. Das ist aber das Schöne bei Eko, dass du dort nicht den Spieler brauchst, der da ist, sondern du kannst halt so Workstations aufstellen, wo... Das kannst du doch in Aach auch, aber das wurde gesperrt über eine Mod. Das ist echt cool hier, Lyrics. Danke. Das ist echt wild. Warte, dann ist es was anderes, weil... Danke dir. In Eko kannst du, wenn du jetzt der Schmied bist... Was ist das tot? Dann kannst du ne Workstation aufstellen, wo die Leute sich neue Spitzhacken kaufen können und alte Spitzhacken abgeben. Infraspace. Infraspace. Ist das schon da das Spiel? Ja, das ist Early XS, 15. Oktober 2021. Ja, das ist ja dann ok, wenn das Spiel nicht da ist und das einfach abgeben kannst. Aber wenn du halt warten musst auf eine Person, ich würde nie ein Spiel spielen. Nie wieder, wo ich abhängig bin von einer anderen Person. Deswegen hasse ich auch teilweise diesen Faktor von Icarus, dass die Talente, dass ich die nicht mehr machen kann, dass jemand anders die haben muss. Damit ich den vollen Umfang von dem Spiel sehe. Wie mit diesen Kisten mehr Slots, wie mit diesem Schmelz, schneller Schmelz. Wieso darf ich das nicht? Wieso soll ich jetzt einen anderen Char hochspielen, um das zu sehen? Wieso muss ich das machen? Wieso darf ich das nicht haben? Die Spielerfahrung, ich kriege halt nicht alles vom Spiel zu sehen. Also ich darf... Keine Ahnung, wie das Patient das im Spiel ausmacht, die zwölf Talentbäume. Wieso darf ich nicht alle zwölf haben? Also nicht gleichzeitig, sondern hintereinander oder wie noch immer. Aber das finde ich schon nicht geil, muss ich sagen. Das wäre und die Mod, die hat das halt richtig hart reglementiert. Also du kannst da so deep eingreifen, dass auch die Sachen in der Werkbank dann für dich gesperrt sind. Und das nennt sich halt Hardcore-RP. Ja, aber das ist kein Hardcore-RP. Das ist einfach nur dumm, wenn du nicht mehr weiterarbeiten kannst, weil der Typ gerade nicht da ist, weil er in LRL was anderes zu tun hat. Das finde ich das Gute an Eko. Wenn du der Schmied bist und du die Spitzhacken reparierst, dann sollte da schon eine Station sein, dass du... Und wenn du deine Spitzhacken dort reintun kannst und die von seinem Gerät repariert wird und er dafür Geld kriegt, ja, er ist vielleicht in dem Moment nicht da, aber du kannst weiterspielen. Und das ist das Ding. Und wir haben ja dann auch gesagt im Discord, ja, das ist ja jetzt eine Ausnahme und normalerweise funktioniert das und wir haben eigentlich auch noch zwei andere, die Schmied sind. Und so, ja, aber dann ist das an dem Tag eine Ausnahme gewesen. Die Ausnahme war aber genug, dass mich das abgefuckt hat. Und ich gesagt habe, nee. Ja, solche Regelungen sind halt eine dumme Idee, dass du dann das gar nicht machen kannst. Das muss halt immer so geregelt sein, weil das ist ja auch, was Gags immer sagt. Und Gags, mir war das auch zu blöd, dass ich meine Dinos nicht sehen wollte und durfte, wie ich Lust hatte. Da musste ich zu jemandem gehen, der mir das Tier betäubt, weil... Ja, dass du das nicht darfst, verstehe ich. Warum? Ja, du machst alles falsch. Das geht nicht. Du gibst eine Anki, gibst du Fleisch. Geht nicht. Du musst den Bären geben. An einem Rabzeug gibst du Bären. Du bist ja voll Noob, Alter. Den Bären hat mir Honig gegeben. Bären, nicht Bären. Aber ja, das ist natürlich nervig. Ich mag keine Abhängigkeit von anderen. Niemals. Deswegen hasse ich auch gewisse Spiele. Ich habe 16 Jahre mich abhängig gemacht von irgendwelchen Leuten, wegen denen ich Sachen und Dinge erreichen konnte oder auch nicht erreichen konnte. Weißt du? Sei es Instanz, sei es Raid. Ich musste von immer Abhängigkeit. Ich hasse sowas. Ich hasse das. Ich bin auch im echten Leben abhängig von gewissen Sachen. Du ja auch, Wuffi. Deswegen hasse ich das im Spiel dann noch mehr. Wenn ich etwas nicht selbst machen kann, will ich es nicht machen. Lass ich es halt lieber. Weißt du? Meist einfach gar nicht. Das ist gerade... Ich fange an mit 10%. Kann nicht weitermachen, bis das andere kommt, die nächsten 10% macht. Dann kommt der nächste, die nächsten 10%. Will ich nicht. Dann mache ich es gar nicht. Dann schmeiße ich es weg. Schlage einen Voraufschlag einmal drauf. Weißt du? Lieber nicht machen. Anstatt um jemand anderes zusammenbassen machen. Mit solchen Problemen kämpfe ich gerade im RL genug, dass ich immer mehr an Pflegedienst abtreten muss und so. Da will ich wenigstens, wenn ich online gehe, unabhängig sein von irgendjemandem. Ja, das sage ich ja. Genau. Also... Wenn ich in meine virtuelle Melch schlüpfe, dann will ich alles selber machen können. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich bin fertig. Also das Infraspace... Wir warten auf dich. Das Infraspace schaut super aus. Werde ich mir mal anschauen. Schauen, wie das ist. Mal gucken. Ich werde mir noch Trailer anschauen. Ich werde mir ein paar Gameplays anschauen. Ich werde schauen, was es enthält. Sieht so ein bisschen wie SimCity aus. Ich habe es nur ganz kurz geschaut. Aber bevor ich überhaupt mir das anschaue, werde ich mich noch informieren. Videomaterial, Gameplay ein bisschen anschauen. Schauen, was es noch so bietet. Und dann mal gucken. Und dann mal gucken. Mal gucken. Also, ich würde sagen, lasst uns den Wurm jagen. Würmer jagen? Würmer jagen. Kill die Bestie. Lasst uns Tremor spielen. Den Film. Space Engineers ist mir zu... Es ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte der Pilot sein. Der ein Flugzeug fliegt. Und nicht das Schiff erstellt. Ich bin echt der Fahrer, der Pilot. Wir haben bloß 5 Stunden. Warum steht die Zeit hier eigentlich überall? Was ist das mit der... Die Zeit stoppt bei mir komplett. Ja, die aktualisiert nur alle 5 Minuten oder sowas. Du musst draufklicken, dann siehst du die geniale Zeit. Achso. Let's go jetzt rein in den Dreck. So, soll ich wieder posten? Wenn du Bock hast? Ja, dann muss ich mich erst mal in den Rechner setzen. Sekunde. Mach das, mach das. Du hast ja genug, genug kein Penis gespielt auf der Couch. Bist du auf dem Top, oder was? Ich habe auf dem Bett gelegen. Mhm. Was ist denn? Jetzt ist der erste richtige Bosskampf. Also der nächste Bosskampf. Oh, Schiffgebiet. Gegen einen Boss, der 100 Mal größer ist als wir. Das ist das hier. Hardcore Extermination. Nur 5 Stunden. Nur 5 Stunden? Zu dritt? 5 Stunden ist schon happiger als 6 Stunden. Mit Fuffi? Ziehen wir mal gleich ein paar Stunden ab. Was ist jetzt mit mir? Hi, wie geht's dir? Das schaffst du, Kate. Bis das nächste Addons rauskommt, hast du es easy geschafft. Kommen da auch alle zwei Jahre Addons raus? Bei dem Spiel? Hast du gespielt Space Engineers zuletzt 2015, sagst du? Was ist das Team, also? Mhm. Und wo man als Team das abbauen kann, aber es so noch weitermachen kann. Also Eisenpfeile und langen Bögen und dann, let's go, oder was? Aber sie lieben nicht, da zu gehen. Wie? Jetzt will der schon verraschen. Ich wollte mich aufbauen. Tech 7. Also Tech... Tech... 2, easy. Okay. Bisschen. Das ist Hardcore. Oh. Du bist kein gültiger Freund. What? 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 Ich bin da rausgeblieben, weil ich kein Freund bin. The UDA may officially run Icarus, but out here, the Lagos Units, the real power. So, ihr sagt, wenn ihr fast fertig seid, dann komme ich und hole die Belohnung. Zeit, stopp. Alter, schon wieder eine andere Version. Ich darf nicht beizuhalten. Ach nee, doch, jetzt geht's. Hardcore. Wenn ich mir das Genick breche, muss mir jemand helfen. Oh. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, Lyrics, da ist man sich nie einig. Da gibt es viel zu viele verschiedene Baustile von den Leuten. Das wäre, glaube ich, zu kompliziert. Aber das ging früher bei Siedler 1. Habe ich gespielt mit dem Splitscreen. Und komm 1 und komm 2 mit der Maus. Zweimal in einem Rechner habe ich danach nie wieder gehabt. Da hat einer die Straßen gebaut, der andere hat die Soldaten da ruck gefummelt. Also, das ging damals. Aber bei SimCity und sowas, oder bei Arno in einem Rechner, das gibt's Prügelei. Wenn wir einer in meinen Wirtschaftsrein furcht. Mhm. Ich glaube es bei Starkwacht nachher mit Archon-Mode. Weil du hast ja eigentlich dein Skript schon im Kopf, wie du was bauen willst. Und dann mehrt ihr da einer drinnen rum und kannst schon ausrasten. Ja, also das geht nicht gut. Das geht nur, wenn man sagt, der eine macht so die Stadt so ein bisschen, macht die Straßen, und der andere macht die Gebäude. Das geht schon, wenn man sich ein bisschen abspricht. Aber es gibt, da tun sich bestimmt auch schon Freunde streiten bei sowas. Wo ist denn, wo bist du denn schon wieder? Wo ist denn Seros? Wieso bist du da oben? Ich geh zu Wasser und hol mir Wasser holen. Ach du Scheiße, ich dachte, du warst schon wieder. Bin ich eigentlich schon voll erschreckt hier. Ich dachte schon wieder, ich muss wieder abreißen. Wurm ist tot. Ja, schon gepullt. Warte, ich muss ja anders mal einen anderen finden hier. Äh, gehen wir bis auf Feuerpfeile hoch? Ja. Wo ist denn Gags 2? Ist der neben mir oder was? Ich sehe den gar nicht. Aber ich würde sagen, wir sind wirklich dann jetzt schnell auf Procust. Schreib mal drei Hütte und let's go. Wie war das? Mom, ich habe nicht immer meinen anderen Gags gefunden. Ich bin... Ich bin... Wait! Das ist doch nicht unser Problem, wenn du deinen Gags nicht findest. Ich... Ich habe meine Anaconda, das ist neben mir und suche den Gags auch klar. Wer hat eigentlich entschieden, dass wir hier mit Senioren zusammenspielen? Dann mach doch, Kate. Spiel doch einfach. Einfach hier, sei das Biest. Den brauchst du keinen Mitspieler. Wo ist denn? Ohne Witz, wo ist der? Ich dachte, jede Mission in letzter Zeit suchte er seinen Zweiten. Ja, irgendwie passt das nicht. Das wird nicht angezeigt. Blödsinn, es spielen so viel allein. Kannst du auch spielen. Geht schon. Spiel dich warm. Hast du... Hast du die Hütte und Werkbank? Ich komme mit Eisen und... Was... Was willst du spielen? Dead by Daylight. Hast du nicht Bros? Oder Sister? Hast du mit deinem Mädels eigentlich? Ich würde Dead by Daylight ja mitspielen. Aber ich bin zu blöd für diese Abfragen da. Ich verkack die immer. Also, die Leute hassen mich immer, weil keiner mit mir einen Generator machen will. Wer mit mir einen Generator macht, der stirbt eigentlich immer, weil ich verkack immer den Wettys weg. Dann sieht der Mörder, wo du bist. Ja, eben. Genau. Ich hab das paar Mal mit Kumpels gespielt und irgendwann ging's immer im Discord, Ah, an dem Generator bist du schon. Und die sind direkt weggegangen. Irgendwann hattest du keine Kumpels mehr. Die haben irgendwann nicht mehr mit mir gespielt, tatsächlich, ja. Ist doch auch perfekt, Kate. Macht das doch mit. Spiel einfach das, was ihr Freundin spielen. Ist doch das Beste. So, I'm ready, guys. Ich hab meine... Ich hab meine Ausschüsse endlich. Ich kann anfangen, das Spiel zu spielen. Ah, das ist schon eine Höhle. Äh, wo willst du die Base bauen? Einfach hier, damit wir uns Pfeile machen. Direkt an See, ne? Ne. So, nicht daneben, oder was? Einfach hier, wo wir sind. Okay. Und sie können hier voll die Höhle kommen. Warum ist es eigentlich nachts? Wo ist die Höhle? Mag die Höhle, mag bitte. Einfach die Klippe einmal runter. Ja, nee. Das hast du mir vor uns gezeigt, dass das nicht gut ist. Ja, das ist doch super. Das ist bestimmt, ähm... Sera's dunkle Sede, weil er Horst ist. Bei meinen Gags hiervor hätten wir so angefangen am Tag. Mhm. Und denk dran, Sera, damit du auch ordentlich levelst, immer F drücken, wenn du durch die Büsche läufst. So, wir brauchen Pfeile. Auf Pfeile, ab zum Wurm. Let's go. Ready. Wir sind überall Wölfe, das ist schon mal gut. Meint ihr, der Wurm ist schwer? Hardcore, ich erwarte, ja. Ich konnte das ja ein bisschen. Aber. Ich hoffe, er kann was, aber ich fürchte, es wird genauso wie der Fight vorhin. Ich meine, der war jetzt nicht so verkehrt, aber... der war auch nicht herausfordernd. Eio. Eio. So, wo hast du das hingebaut? Wo soll ich was hinbringen, hier? Ich hab erstmal zwei Läufige, also. Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgabe, mein Dorf, dass du älter so ein Scheißhaus haben sollst. Dann wartest du, rufst du mich an, wartest, bis ich kaum ein Ding kaputt mach. Warte. Du darfst das Ding machen. Also ich würde sagen, in welche Richtung, wir müssen dann da runter zu blauen, ne? Ich würde tatsächlich das Haus hier irgendwo bauen, wo es der Krüge kommt, hier. Irgendwo doch in der Nähe vom Wasser und so. Irgendwo in der Höhle. In der Höhle ist was da. Ja, ich komm zu der Höhle, ist der Krüge. Grüne ist Höhle, okay, ich komm. Wo geht's denn hier in der Höhle? Hier ist kein Eingang hier. Ja, klar. Irgendwann so, dann kommst du ins Discord, du streamst und spielst und ich kommentiere das halt, wenn du Bock hast. Wäre doch ganz witzig. Können wir da ein bisschen quatschen. Du zeigst, du zeigst, wie du das Spiel. Why not? Nur, wenn du möchtest. Na klar. Oh, wow. Oh, ich werd grad versterben. Ich steigst, du bist tot. Fuck. Wettgepickt. Kate hat Killer gespielt, ich bin tot. Alter, die haben mich sowas von vernichtet grad. Ich konnte nicht mehr links, rechts, geboxt, würde ich. Was war denn? Bist du hier gestorben, weil hier sind Schweine. Zwei Wildschweine mich angattackiert. Von links, rechts, keine Chance gehabt zu messern. Die haben mich gleichzeitig angegriffen. Die haben mich in den Mangel genommen. Immer hochgepusht, die konnten sie nicht töten. Die konnten sie nicht schlagen. Easy. Ja, jetzt, wenn du angreifst von hinten, ja. Aber ich soll hier... Ich würde dich ja aufheben, aber ich muss erst mal die Schweine halten. Machen sie so. Nicht, dass hier ein böser Golf kommt und die wegfrisst. Das ist nicht schlimm, Kate. Seit 10 Minuten in den Disco mit mir nicht nervt dich. Das ist kein Problem. Da hinten ist ein Hase. In Wirklichkeit ist er an dem Hase gestorben. Hier wird sich nicht ausgeruht. Hier wird mitgespielt. Dankeschön. Irgendwo hier soll der Zero sein. Ich flieg den Hülleneingang halt nicht. Da, wo es weiß markiert ist. Unten an der Steinkante. Ah. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Keine Höhle. Ich brauch schon, dass wir ein bisschen Oxy hier bekamen. So. Der Kegs direkt gestorben. Ja, voll überrascht. Aber ich hab, aber ich hab so low HP, wenn irgendwas kommt, ich auch nochmal wieder, bin ich nochmal tot hier. Ja, aber kannst du mir Food geben, du hast doch grad Dinger gelöstet, also gemacht zum Essen, dass ich mich hoch esse? Ja. Ich hab nichts zu viel gefunden. Ja, doch soeben. Ich hab getötet, aber... Ja, ja. ...aber doch nicht verarbeitet. Ja, lass uns mal dein Essen kochen. Ja, mach ich jetzt. Ich hör schon wieder nen Golf. Ich hab halt ein HP hier, Alter. Ich halb mich doch nicht hoch. Ich würde gern den Hülleneingang sehen. Das wäre halt schon mal super. Ich baue mal drei Feuer, hier. Der Hülleneingang ist direkt westlich von mir. Ja, irgendwo muss der doch sein. Weiß. Weiß ist doch... Hier, Eroh. Kann sein, dass der weiße Punkt jetzt nicht hundertprozentig drauf ist, oder? Hier. Ich hab's. Hier ist ein Loch. Hier war ich jetzt im Feuer hängen. Ja, bringst du mir Fleisch? Ich hab drei Lagerfeuern hier oben hingestellt, wo ich gerätzt worden bin. Oder... Kannst du's nicht hier hängen? Ja, egal. Ich hab schon hingestellt. Alles gut, alles gut. Ich mach schon. Ich versuch schon. Wir werden aber da drin grad vergiftet. Ich hab keinen Oxy. Nix von uns im Gerätzt worden hier. Ah, ist gut. Ja, weil ich seh auch grad nix. Hab ich auch nur bedingt... Bei welcher idiotischen Auto zu beschweren, oder? Na... Na... Mal schauen. Ich versuch mir jetzt was zu grillen schnell. Dann versuche ich irgendwie... Äh... 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 Oxy zu finden. Und dann mal gucken. Wasser, hab der gesagt, gibt's unten. Ich hab ja durch das Rätseln, aber ich hab wieder alles auf 1% halt jetzt. Teil Bescheid. So... Lass ich das mal hier brutzeln. So... Trinken wir jetzt schon gehen durch die Bären, aber Oxy ist halt scheiße. Oxy ist halt blöd. Oxy... 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 Da geh ich jetzt nicht hin. Komm... Essen. Nochmal essen. Nein. Ich probiere hier quasi... Siehst du den Plan? Kann man den Stein hier wegmachen? Ja, sehr gut. So, ich mach das, du baust. Kannst ja weiter bauen. Ich würde dir gern leuchten. Warte mal. Nee. Warte mal, ich mach das nochmal weg, dann kannst du besser ab. Warte, dann mach ich den hier. Das sollte doch jetzt nicht die Wand anpacken, oder? So. Gibt es schon ein schönes Eisen, oder was? Nee, aber... So. Ich versuch mich immer noch hoch zu essen. Hier gibt's nichts mehr. Muss ja nur so weg, dass da keine Collision mehr ist. Dass wir dort Geräte hinstellen können, weißt du? Ja. Okay. Alter, ich seh halt nachts Null. Ja, normal. Ich hab jetzt irgendwas getroffen. Mit dem Baum, nee, oder? Das nicht? Nee, ich hab immer Schaden getan, aber das war eher auf dem Steinack. Ich hatte jetzt echt Angst, dass ich... ... der Rohm Baum auf den Kopf geschmissen hab. Okay. Das hat halt schon einen Unterschied gemacht. Ich hab noch auf. Mh, bauen wir jetzt wo genau? Bis wir da hinkommen? Direkt vor der Höhle, hier, wo wir sind. Direkt vor der Höhle. Äh... Weiß ist der Eingangabzei gesagt. Hier brennt auch Feuer oder alles, Alter. Solltest du sehen. Kannst du deine Böden wieder hinpacken? Ich hab jetzt hier alles weg gemeint. Ja, komm ich. Der Zero wollte... ...die Höhle... ...bippern. Noch gar nicht geschaut auf der Karte, wo wir sind. So, ich baue das nachher hinten jetzt noch richtig zu. Ja, wir können jetzt, ähm... ...no eine Werkbank hier hinstellen und dann... ...passt du's. Kommt sofort. So, nur, dass das nachher hinten... Kommt man jetzt hier noch durch? Ja. Perfekt. Sehr gut. Wir müssen halt gucken, ob jetzt hier alles hinpasst, aber... ...wenn wir ein bisschen mit Dwayne das hinstellen... ...sollte das funktionieren. Ist, nein, ist vorbei. Kann man das essen? Lasst mich mal raus hier. Kommt hier so ein dicker Gags um die Ecke. Ich geh mal süffeln hier. Hab Durst! Alter, ist die groß. Was hab's denn hier? Kann ich dir meine... Kann ich dir meine Flasche dann mitgeben? Achso, nee, das ist ja in der Hilde. In der Hilde. Das kann ich auch selber hingehen. Ich brauch das Holz für die Werkbank. Ja. Ich hab noch Holz dabei. 300 Stück. Wenn ihr wollt. Ich beantworte die Werkbank oder was? Die hab ich schon gebaut. Hast du schon? Na gut. So. 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 Amateure Einlagefeuer. Frech. Komm mal. Sie kommt als letztes und ist hier schon wieder... Was? ...und weg dann. Was sagt er? Hä? Ich verstehe nicht. FC. Nee. So. Okay. Ich baue... Kommt jetzt ne Tür hin. Damit das auch als Shelter zählt. Ich baue mal das Oxiding. Wer hat hier Holz? Ich baue mal das Oxiding. Es ist im Ding, wenn sie nicht... In der Bank. Ich hab einfach das Holz aus dem Feuer genommen. Achso, ich hab... Hallo? So. Hat Schwefel zufällig schon einer gesehen? Ich hab nur... Das Blaue... Es ist grad so dunkel. Ich muss ehrlich sagen, Schwefel ist das Letzte, was ich gerade suche. Ah... Ja. So. Platzspar. Ja, dann geht's halt hier. Zack. Jetzt hat das Feuer ausgemacht. Gleich. Ich brauchte das Holz. Da war Tür das Holz in der Werkbank. Frech. Okay. Dann weiter geht's. Was haben wir denn noch Schönes hier? Hm... So... Da hab ich nicht genug die Erde gejagt hier. Fell. Warst du... Warst du noch ne Wand hier oder was? Ich gucke grad. Ich gucke grad. Ist das nicht zu? Moment. Ich würde zulassen einfach. Ich hab immer Angst mit ner Fackel rauszustehen. Aber das Dach zu nimmt man nicht an, oder? Wenn du zu dicht bist schon... Ich... Ja... Ja, aber nicht wenn man normal steht, oder? Eigentlich nicht. So... Habt ihr schon nen Schafsack? Nee, Felle fehlen mir. Felle? Hm... Ach, ich brauch Stein. Felle hab ich... In die Bank gelegt. Wie viel hast du? Weil ich hab auch schon nen Schlafsack. Ich glaub mir fehlt ne 5. Oder 8. Oder 9. Nein. Weil ich würde tatsächlich jetzt am Produkt... Schlafsack... Jo... Hab ich gebaut für mich Schlafsack. Wenn wir uns so schnell wie möglich hier... Irgendwo hinbrezeln. Hm... Damit wir Tag haben und es ans Weitermachen können. Ja... Weil im Moment kann man echt wenig machen. Leg mich hier direkt vor's Oc. Ich hoffe das ist zu nah am Feuer. Kannst du schön zuzeln. Ja, es ist ja nie... So... Brauchst du noch nen Schlafsack, Zero? Äh... Sag Bescheid. Ich loge einmal kurz aus. Okay, dann lass uns hinlegen. Ich liege. Äh... Neun Fälle hast du nicht, oder was? Ach ne, ich kann nicht ausloggen, weil ich Horst bin. Du bist Horst? Dann roge ich aus. Komm rein. Ich loge aus. Ja, also keine... Keine mit neun Fälle? Einfach neun Fälle? Ähm... Wo bin ich hingerannt? Wo ist unser Eingang? Warte, ich leuchte dir. Hast du markiert? Hier, da. Ich leuchte dir. Spring. Spring. Ja, ja, ja. Jetzt abbiegen. Genau. Geradeaus, geradeaus. Alter, ich bin gerade genau drauf zugelaufen und es hat nichts geleuchtet. Das ist die Medium Sichtweite. So, leg dich hin, ich gehe Charakter auswahl. Tschüss. Außer er hat neun Fälle mitgebracht, genau. Sag mir, wenn ich mich wieder einloggen kann. Äh... Ich lege dich, ich lege dich, ich lege dich. Du kannst einloggen. So, ja, endlich mal, endlich mal Licht hier. Ich seh ja nichts, also... Ich hab auf jeden Fall auch Fälle mitgebracht, genau. Benutzen. Jetzt seh ich mal was hier. Was, was sind wir hier? Wolf 66, let's go. Jetzt getraut er sich. Oh, oh. Oh. Ja, ich hab halt nicht getroffen. Ja, ich hab halt nicht getroffen. Ist die Hitbox rein? Seitdem, seitdem Serio haust das alles, die sinken. Schwierig mit dem Typen. Das kann ich so leider nicht unterschreiben. Der erste Biss sofort blut. Der dritte gibt's Wasser, hast du gesagt. Ja, ganz hinter der Höhle, ja. Leider. Geil. So. Ach so, du bist... Wie Emma mit seinem Messer ist hier. Ganz wild hier. So ein richtiger Nahkämpfer hier. So Mili. Diese ganze Scheiße, die hier oben liegt. Irgendwo lag hier noch ein Wolf. Da bin ich echt gespannt, Kate. Ich hab's gelesen, wie nächste Woche zicken. Bin ich gespannt. Schönen mal. Wo ich denn hier einen Wolf getötet habe. Der war doch hier auch irgendwo. So, ich hab mal den Eingang ein bisschen. Da sind wir. Bis schon das Holz weg ist vor dem Eingang. Also wenn der Wurf wirklich... Der Wurf, wenn der Wurf wirklich nicht schwer ist. Dann ist das ne geile Mission, um... Der Exotics zu holen oder so. Bestimmt. Und wenn der Wurf schwer ist, dann ist das ne geile Mission, weil der Wurf schwer ist. Genau. Haha. Ja echt, ist so. Also ich würd beides feiern. Also... Oder eigentlich, dass der Wurf schwer ist, würd ich feiern. Und dass wir nicht alle sterben. Und wir unsere Charaktere verlieren. Wär auch nicht. Wär auch nicht schlecht. Ach so, ich schwäffe. Bist du jetzt das Gegend gibt's hier selber herstellen? Ja. Meinst du, das tickt hart oder was? Weiß nicht. Mich wurde... Zwar mal gehitzt, aber ich bin nicht direkt verreckt. Ja, geil. 3 um 8 Uhr einfach mal ein schlechtes Stück Wörter. Ja normal. Wie in Deutschland. Einfach von Deutschland. Richtig. Typisch. So einen Dreckswörter kenne ich nur als München. Ja, ich auch. Zufällig. Und aus Hamburg, da drüber ich noch drüber. Wollte ich gerade sagen, da ist es schon auch nicht besser. Küstenwetter, das ist auch nicht. Höher. Es ist gefühlt nur am Regnen. Naja, nicht immer, aber meistens. Wollt ihr dort eigentlich? Ja. Direkt am Wasser. Aber ich mag die Speicherstadt. Ich habe sie nur in Streams gesagt. Die ist cool aus der Speicherstadt. Da gab es so eine Bootstour, die uns immer gezeigt hat. War ganz cool, haben sie ein bisschen was erzählt. Warten wir Schwefel? Ich habe noch, also ich habe die geholt. Für das Upseating. Leider ist hier gerade Nacht geboren. Ne, also ist aber Storm. Ich habe doch Messer holen können. Vielleicht bin ich Mülle gegangen. In den Höhenbereich. Alter, kann der laufen, ey. Hast du den Visan abgeschossen? Nee. Ja. Alter, kann der laufen. Ich bin schon hinterher. Ich hätte auch Messer nehmen sollen. Das haben wir zweimal an mir vorbeigelaufen. Durch mich durch. Ich habe versucht zu schießen, anstatt zu messen. Ich sehe halt nichts bergauf hier. Das war sich hingesetzt. Jetzt. Endlich. Rechts. Machst du okay. So. Ach du hast geknochen. Sicher. Wenn ihr dann wieder kommt. Oh, da ist ein Schweinchen hier. Das schwebt. Ist es da? Ja, okay. Es ist aber nicht schlimm, dass dieser Bogen andere Werte hat, als der Bogen, den man bauen kann. Der geht trotzdem gut. Ja, der geht super. Also ich finde, ich habe ihn dann einfach. Fertig. Ich habe ihn dann einfach. Das war's. Welcher Punkt ist jetzt die Höhle? Weiß oder was? Alle irgendwie tausend Punkte auf der Gart. Ja. 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 Es ist geil. Ich bin Tiere, Mann. Ich bin Tiere, Mann. Ich bin Tiere, Mann. Ich bin Tiere, Mann. Ich bin einfach glücklich. Ja. Aber noch nie anders. Kann man Tiere töten, bin ich happy. Bibi. Oh, fuck. Hat sich jemand schon mal schwirrt? Schwirrtöte denn? Ich habe... Ich habe alles. Ich muss nur nach Hause kommen, aber ich habe... Zwei Wölfe attackiert. Oder ich habe attackiert. Dann haben sie mich attackiert. Dann müssen wir so weiter, weißt du? Weiß. Okay. Ich bin auf dem Weg. Scheiße. Ich blute schon wieder. Das ist ja Wölf. Das ist echt anders mit AA. Ey. So. Ich habe mich verblutet. Äh, ververbunden. Dann gucken wir mal der weiße Punkt. Wo ist das Haus? Ach, da läuft ein Verrückter rum. Ist das das Haus? Ja. Gehen wir dann. Oxid rein. Schwefe rein. Let's go. Oh. Wieso ist da keine Rampe? Was ist das? Was für ein Haus hier? Was für ein Eingang ist das? Einfach beschweren hier. Zack, 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 zack. Aber richtig schön. Diese Geräusche. Ein Bild. Ich suche den Ort der ersten Sichtung nach Spuren des Urms. Ist das okay. Ist das... Ist das da, wo wir schon waren? Hier noch einen dritten Schlossack. Jo, stell ich mal her. Glaub ich dir. Bitteschön. Zack, hinter den geiles Backerl, ey. Geiles Backerl. Ey. Why? Mit meiner Flasche, mit allem. Hey. Wir brauchen den Platz hier unten für Wichtigere Geräte. Ich hätte doch die Flasche nehmen können schon. Deswegen kommt so unnützes Zeug, die Oxygen hier hinter. So. Die Luft ist ja scheißegal. Braucht kein Schwein. Da braucht man einmal dann nie wieder. Mhm. Ja. Und das hier oben fungiert nämlich als Schlafzimmer. Weil die Schlafsäcke nehmen zu viel Platz hier. So. Und wir ziehen mit, so los wie wir sind, mit einem Feuersteinfallen und fertig? Oder was? Okay, wir wollen das Gift noch machen und so. Achso, entgiften? Nee. Nee. Okay. Lieber Fleisch entgegen heilen, oder nicht? Ja. Oder slow das Gift. Ja, dann lassen wir ordentlich, ordentlich Fleisch machen. Ich habe alles reingetan, was ich habe. Ja, dann gehe ich noch ein bisschen holen. Ich habe schon hier nochmal welches. Und ich brauche noch Knochen und linken. Oder hast du Eisenpfeile? Wir machen Feuersteinpfeile hier. Klar, sicher. Stell dir schon her. Da habe ich schon jede Menge jetzt hier. Habt ihr schon Bögen? Ja, wir haben doch unsere. Ich habe unsere Bögen. Achso, ihr habt Euro. Ich nehme keinen anderen. Nee, wieder. Warte mal. Außer den Compoundbau. Der war krass. Der war ultra. Okay, 100 Eisenpfeile hergestellt. Okay. Dann stellen wir den nächsten 28 her. Wegen Leder. Hast du noch Leder? Nee. Ach, Leder doch. Dann stellen wir noch ein paar her hier. Tuck, 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 tuck. Achso, da werden noch mehr hergestellt. Okay. Sehe ich gerade. Wunderbar. Tuck, 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 tuck. Bei dir geht das komplett flüssig. Bei mir ist es so tuck, 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 so vier Schichten oder so. Und dieses ein flüssiges Teil. Wie, warum? Horst. Das ist immer... Pingabfragen oder was? Also ich habe das immer bei dir auch gehabt, dass das mir so ein bisschen geruckelt hat. Jetzt bei mir ist es wieder komplett flüssig. Okay. Also manchmal läuft das auch bei dir flüssig, aber oftmals. Er wird bestimmt einige Pfeile fressen und es ist bestimmt schwer zu treffen, haben wir ja gesehen. Ja. Da würde ich auch noch Steinfeld auch mitnehmen. Ach, wo ist Sauerstoff? Oben. Warte. Im Schlafzimmer. Verrückt ist hingestellt. Ach siehste, ich habe keine Sauerstoff. Ja, die brauche ich auch noch. Aber Leder ist schon alle, ne? Jetzt haben wir alles verbraucht, ja. Da müssen wir wo was töten gehen. Lieber nicht. Ich nehme das lieber für den Warm auf das. Töten. Dinge töten. Obwohl, eigentlich kann man sich auch einfach 50er Stack reinhauen. Stimmt. Nehmen wir Oxygen mit für dich. Let's go. Verwundert beide, die reichen. Mhm. Ja, aber ich habe 10 Fleisch im Wegenessen. Nehmen wir euch das Fleisch nach raus. Haben wir keine Körbis irgendwas? Nee, oder? Nee. Wir müssen dann schauen, dass wir nicht sterben. Das ist wichtig. Gleichheit gegen Heim. Mhm. Ich werde noch zum Schnellspieler. Also das ist das ganz andere Spiel, weil sie sowieso nicht sterb gemacht haben. Ich habe geguckt, erzählt. Das ganze Gleichschreck? Ich habe jetzt alles genommen. Na klar. Nee, ich habe... Zwei Bären habe ich. Noch. Ich suche mal noch ein bisschen Bären und hole noch Fleisch. Ich habe jetzt ein Stack... Äh, ein Stack Fleisch hätte ich halt. Bären würde ich ja gerne noch ein paar haben. 58 Bären habe ich. Oh, da kannst du dir einscheren. Keine Tiere mehr im Wald hier. Komm mit, Lea. Schlechter Host. Ich habe was gehört. Ah, hier sind welche. Das ist ein Bison. So, ich habe jetzt 100 Oxygen einsteigt. Das sollte reichen. Jaaa. Wie viele Pfeile habt ihr jetzt? 100. Ja. Dieweils. Weil ich habe jetzt hier nochmal 289. Teilt die auf. Teilt die auf. Ich schätze mal, der frisst eh viel. Also das ist... Das wird bestimmt nicht einmal genug sein. Weil wenn er sich so bewegt wie vorher... Sehr wild. Ich schieße halt übel oft daneben. Ja, klar. So. Sind jetzt jeweils nochmal ein Stack für euch drinnen. Dann nimm es mit. Ich habe es einstecken. Ähm. Ich wollte den... Also die Bison hier kannst du gar nicht erschießen, ey. Mit den normalen Steinfallen. Das kannst du vergessen. Ist das jetzt beide schon los? Nee. Ja, ich bin gleich tot. Ich habe ja nur noch ein bisschen Fleisch holen wollen. Naja, lass. Komm. Let's go. Ja? Ja. Wir brauchen ja eigentlich nur drauf achten. Wir sind zu dritt. Also das kennt man aus MMOs genauso. Bei Bosskämpfen. Bis gleich, Kate. Achten. Wenn einer umkippt. Das ist einer der Beten, der keine Agro hat. Von den verbleibenden sofort retzen geht. Hallo Teddy. Das kennt man doch aus. WoW und so. Bei Bosskämpfen auch. Oder Redztaktik. Mhm. Mhm. Keiner noch nie gespielt. Keiner noch. Weiß nicht. Ich habe nie gespielt, ja. Verstehe nicht was du willst von mir. Seh mal gleich, dann zeigst du mir dein Deck vor Ort. Ich lass. Ich lege mich extra hin an. Schaust du mal. Zeigst du mir mal. Müssen wir noch normale Pfeile herstellen oder so? Oder Knochen? Achso, ich habe ja gar kein Leder. Dann geht das nicht? Wie ist ein Tier ab heute? So. Jetzt haben wir noch 100 Steinpfeile hier. Es sind ja genug Tiere unterwegs. Ja, das denkst du. Geht so. Keine bis jetzt. Also guck mal wo ich schon bin, hier ist nichts. Doch, jetzt habe ich eins. Hier war eh eine einzige Gänse. Ich sehe ab und zu meinen Bison. Das ist... Wunderschön. Der Anfang ist immer wild, wenn du von zwei Wörtern angriffen bist, von zwei Schweinen und irgendwie so. Und dann? Wo ist das? Was hat hier oben? Ah, Hirsch. Ah, Hirsch. Ah, Hirsch. Jetzt wird das wieder nicht mehr... Na doch da. Hä? So. Kritt den Kopf und du bist nicht tot? Ja, mit den normalen Steinfallen ist das schwierig. Pass auf, da ist ein Teddy im Beweg. Irgendwo. Huch. Alter, der ist aber gerade Düsing. Dein Urgroßvater gewesen. Hier hat man ja nichts getroffen. Sag ich ja, war doch am Anfang bei mir auch. Ich glaube das ist gerade weil zwei Gebiete geladen werden. Boah. Der hat aber ein Busser dann geschlagen. Ja, so ein bisschen müssen die schon... Ich hab auch immer so... Spränge. Ab und zu. Ihr seid schon in der Wüste? Jo. Ach du Scheiße. Jetzt wird da anders passen. Naja... Ich... Ich lauf halt, ich schieß ein bisschen. Ich guck halt, ich... Weiß nicht. Ist ja ruckig zuck was ihr da macht. Da muss ich... Muss ich mich drei, viermal umsetzen, dass ich andere Schmerzen, dass ich die Schmerzen fühle. Da muss ich vielmal muten, wegen Husten. Bin auf dem Weg. Ja, das war ein Headshot. Mit nem Knochenpfeil. Ja, ey. Und das Vieh lacht mich einfach aus. Funktioniert aber auch. Ja, die halten richtig viel aus, die Vieh. Sind hoch, oder? Vom Level. Jetzt hab ich sie. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Manchmal ist One-Hit, manchmal nicht. Wann schafft man denn diese 2.000er Grits? Ich schaffte oft nur 300 bis 250. Ja, ey. Manchmal hast du nur 400 Grits. Jetzt eben 900. Vielleicht ins Auge, oder ins Gehirn. Also ich finde auf jeden Fall, dass wir die Mission noch so ein bisschen anpassen müssen, dass wir es nicht so rushen können, wie wir es machen würden. Wenn wir jetzt die Mission schon schaffen, dann ist das halt so einfach. Ja. Weil da ist ein Teddy, verdammt hast du ja gesagt. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen, irgendwas müssen sie da noch ein bisschen machen, dass das... Aber das ist lohnenswert erst, sich die höheren Sachen zu holen. Ja, aber ich glaube, das können wir auch nur, weil wir erfahren noch durch Spiele. Das auch, ja. Aber... Ich konnte aber dem Teddy nicht entkommen, den Teddy machen hier. Weil der war 6 im Weg. Ich würde sagen, dass, ähm... Das relativ einfach dadurch gelöst wird, dass sie den Damage von den Viechern einfach erhöhen. Sodass du es riskier hast. Die ganzen Leute, die da nicht richtig schlecht sind, sollten die Spiele... Nee, warte. Wie sind das da nicht passiert? Und dafür aber halt... Irgendwelche Armor-Items einführen, dass du halt dich schützen kannst. Boah, mir schreckt, Alter. Weil du... Ja. Wenn du gut bist, kannst du... Dem ganzen Dodgen. Du dodge den Beeren. Du tötest die Wölfe Run-Shot, bevor sie da sind und so weiter. Wenn du aber nicht ganz so gut bist, kannst du dir einfach so ein Armor-Set bauen. Ich weiß nicht, Schild, was auch immer. Irgendwelche Lederfetzen, die du dir als Protection... Anbubst oder was... Was es auch ist. Und dann hältst du damit den Damage aus. Der mehr... Dann hast du aber einen Grund zu techen. Nein, Mausi. Ja, das wird doch super. Armor... Hochbauen... Für Schwäche... Weniger Dodgen... Oder irgendwelche mehr... Mehr... Irgendwelche Heilsalben oder irgendwas, dass du... Ähm... Da mit mir machst. Oder du kannst... Geht ja auch schon Food. Selbst wenn du dir Food mit Maxlife und so, das ist ja auch schon sehr wertvoll dann. Also da gibt es ja doch einiges. Ich finde... Die müssten einfach nur den Damage erhöhen, damit du wirklich Reasons hast... Food und alles zu holen. Aber keine One-Shot-Mechan. Die Heiltränke und so... Die haben halt gar keine... Verwendung mehr. 50 HP. Wie musst du denn Heiltränke? Ist das ein Alchemistentisch? Ja. Das ist das, was du vorher hattest. Ja, das haben wir doch vor uns welche gekriegt. Ja, wir haben die gekriegt, aber ich... Ich glaube gerade schon... Die Kasse herrschen. Und... Hefe. 20... 20... Lilien, 20 Hefe. Einmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding mit... 60 Sekunden lang plus 10% Max-Gesundheit... Das ist halt einfach Müll. Finde ich. Finde ich. Das sollten 2, 3 Minuten sein schon. Ja, und nur das eine mit 50 HP... Kriegen ist das einzig Wahre. Das Rest kannst du vergessen von dem Ding. Ja. Was soll... Bär ist dauernd, ich bin auf dem Weg. Hat ein bisschen gedauert. Also 2... Wobei, hier gibt's... Hier plus 100 Sauerstoff beim Verbrauch. Dafür braucht man einen Schwamm. Wo kriegt man denn den Schwamm her? Gibt... Es gibt welche, die... Die... Haben einen Schwammkopf. Also... Spongebob? Ja. Zum Beispiel. Ich liebe den Fokus-Geld. Zebra will vor mir wegrennen, kriegt's dann rein. Ah, hier gibt's einen... Plus 50 Ausdauer beim Verbrauch. Jooo. Das hab ich doch letztens gesagt. Nur zu down, läufst du durch. Hast du gar nicht mitbekommen, ne? Hab ich erzählt. War lustig. Nee, hab ich überhaupt nicht mitgekriegt.